Falls euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen und ein nettes Kommentar. Wir sind jetzt auch bei Woche 3 angelangt in Season 4. Das ist glaube ich diesmal die einfachste Map, die ich jemals gesehen habe, beziehungsweise die einzig einfachste Schatzkarte. Und zwar diesmal in der Kartbahn bei, zwischen Mostly Maya und Wailing Woods, in einer Kurve. Und ja, ihr seht hier genau, wo ich lande und gönnt euch die Battle Pass Stufe und haut da rein. Ciao.